Eine schöne große Motorhaube aus Aluminium, 1 mm Stärke und hier müssen Löcher zugeschweißt werden. Wenn du dich gefragt hast, wie sowas geht, wie man das am besten macht, ich habe ein paar Sachen zusammengefasst, möchte dir jetzt in dem Video zeigen. Also, bleib dran und wir gehen gemeinsam mal die Thematik hier durch. Sei erstmal herzlich gegrüßt zu dem neuen Video. Also, wir haben hier ein 1 mm Aluminiumblech liegen, eine Motorhaube, wo jemand zu mir kam und gesagt hat, hier, diese Löcher müssen zugeschweißt werden. Ja, wie kriegt man das hin? Bestmöglich, mit wenig Verzug und auch so, dass halt das Blech nicht kaputt geht, weil zum Schluss soll das Ganze lackiert werden und dann soll das natürlich auch von der Oberfläche her ordentlich aussehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich hier bei der ganzen Sache vor? Ich habe mir überlegt, es gibt mehrere Varianten, da kam einem sowas vor wie Kupfer. Metall unterlegen, was die Wärme rauszieht, nassen Lappen, Druckluft, MEG-Schweißen, und, und, und. Und ich sage dir jetzt, wofür ich mich entschieden habe, wo ich gemerkt habe, was die beste Sache ist. Ach, und ich habe auch über Instagram eine kleine Umfrage gemacht und habe einfach mal so gefragt, was habt ihr so für Tipps? Die gebe ich dir jetzt auch gleich noch mit. Und ich habe jetzt für mich die zwei besten Varianten, beziehungsweise drei besten Varianten rausgesucht. Und die teile ich dir jetzt mit. Extrem günstige Schweißtipps und Tricks von den Profis auf ihrem Gebiet möchtest du gerne absahen? Dann musst du auf jeden Fall am 17.06. das Weltend 2.0 besuchen bei mir im Thüringer Wald. Die Tickets findest du in der Beschreibung oder im Video, da kannst du dir die buchen. Gibt coole Cutie-Bags. Wie gesagt, du kannst an dem Tag deine Fragen stellen, du kannst Produkte testen, es wird viele Gewinnspiele geben. Lass dir das auf jeden Fall nicht entgehen. Check das aus, buch dein Ticket und hab einen schönen Tag mit uns. Wir freuen uns auf dich. Ich habe mich quasi entschieden für mein MEW211 Synpro von Weldinger. Warum? Hier habe ich Aluminiumdraht drin. Damit habe ich das Gerät quasi ausgestattet. Und da habe ich für mich entschieden, dass das vom Schweißen her einfacher ist. Das Gerät ist erstmal ausgestattet mit einer Teflon-Säle. Ich habe einen ordentlichen großen Brenner, dass der auch ein bisschen Wärme ab kann. Von Rohwelt. Ein MEG, ein 36er. Vorne auch die richtige Düse dafür zum Aluminiumschweißen. Und immer aufpassen, dass dein Schlauch schön frei liegt. Ganz, ganz wichtige Sache. Aber warum habe ich mich jetzt für MEG entschieden? Ich habe gesagt, beim MEG habe ich den Vorteil, es kommt sofort, wenn ich auf den Knopf drücke, der Draht raus. Und damit bringe ich sofort Material auf die Stelle. Beim Wickschweißen hingegen ist es so, dass ich natürlich jetzt erstmal mit dem Brenner das ganze Material aufschmelze. und dann selber entscheide, wann ich den Zusatzwerkstoff dazugebe. Ich denke, dass ich hier durch das Wickschweißen erstmal viel mehr Wärme reinbringe. Und das ist natürlich ein Problem bei einem Millimeter Blechstärke. Zu viel Wärme, zu viel Verzug. Also bin ich deswegen in diese Werkstatt gegangen, weil das hier gut funktioniert. Übrigens, wir haben hier zwei neue Lampen angebracht. Also ich glaube mal, wir haben jetzt richtig Licht hier drin. Es sind zwei neue. Ich ärgere mich schon fast über die anderen. Man sieht es auch. Also wenn man das mal so vergleicht, die hat mehr Leistung. Sieht man einfach. Aber es ist schön. Zum Filmen ist es perfekt. Und auch zum Arbeiten. Das ist nämlich viel wichtiger. Das machen wir ja mehr hier. So, gut, kurz abgeschwimmen. So, das war der Grund, warum ich mich fürs MEG-Schweißen entschieden habe. So, dann habe ich das getestet. Habe übrigens auch über Instagram, wie gesagt, schon eine Umfrage gemacht. Habe mal gefragt, was habt ihr für Tipps und Tricks. Und da kam auch mit Kupfer etc. Ich habe jetzt nicht Kupfer. Ich habe hier das Stahlprofil drunter. Was natürlich auch extrem gut Wärme ableitet oder rauszieht aus dem Ganzen. Das wäre quasi also der erste Step. MEG. Wir haben Stahl unten drunter, was die Wärme rauszieht. Und dann für mich essentiell, ich nehme es fast nur noch, wenn ich in dieser Werkstatt arbeite. Ne, nicht nur fast, ich nehme es nur noch. Ich sprühe mir mit dem Trennspray alles ein, damit ich hier keine hässlichen Stellen habe, wo dann mal Spritzer haften bleiben. Obwohl es wirklich fast spritzerfrei ist, muss ich sagen. Es geht echt gut. Aber hiermit haftet das natürlich erst nicht dran. Und jeder, der schon MEG-Geschweiß hat, weiß, wie nervig das ist, wenn du das nicht damit machst. Weil dann geht es nicht ab die Spritzer. Ja, bei Stahl oder so, dann hast du dein Werkzeug dafür, dann gehst du mal drüber und rumpelst runter. Hier verschmierst du es eher und machst Kratzer. Zum Schluss nimmst du den Lappen, machst das sauber. Das geht hier extrem easy. So, und du siehst hier vorne schon, das sind meine nächsten zwei Steps, nämlich ein nasser Lappen. Das hilft mir sehr, sehr oft bei bestimmten Situationen, um was abzukühlen, um was zu schützen. Und den Step habe ich früher schon gemacht und ist jetzt mal wieder so ein bisschen in meinen Kopf gekommen, weil einer bei Instagram auch das geschrieben hat, Luft damit abkühlen, dass die Wärme sich erst gar nicht, beziehungsweise sich vielleicht auch besser verteilt und nicht nur so punktuell an einer Stelle ist. Und was soll ich sagen, damit haben wir ein gutes Ergebnis erzielt, dass wir so wenig wie möglich Verzug im Blech haben. Das Ganze ohne Verzug. Wenn jemand noch hier Tipps hat bei YouTube, unten rein, teste ich aus, freue ich mich drauf. Aber ganz ohne Verzug, und das haben auch einige geschrieben, die in der Thematik auch unterwegs sind, ganz ohne würde es nicht wären. Mein Vorteil bei einem Millimeterblech ist halt aber auch, es lässt sich einfach nacharbeiten. Wir haben die andere Seite schon gespeist, jetzt bin ich auf der letzten Seite und ich mache wirklich nur peu à peu. Ich hefte es vorsichtig durch. Was auch noch so eine Sache ist, viele sind immer sehr zwaghaft. Ich speise das Ganze mit 80 Ampere, wenig Draht, so wenig wie möglich, das mal wenig aufbauen, weil wir müssen es eh verschleifen. Aber nicht hier mit 20, 30 Ampere. Tja, das ist Käse. Du kommst da nicht weit genug rein, dann musst du vielleicht von der anderen Seite noch nachschweißen. So bin ich fix und fertig, muss von der anderen Seite aber auch nicht nachschweißen. Das heißt, ich bringe kurz, zwar viel Wärme rein, aber halt nicht auf Dauer und nicht lange. So, und wir wollen ja aber auch was verschmelzen, wir wollen die Löcher ordentlich zu haben, das soll nachher lackiert werden. Und das geht natürlich alles nicht, wenn wir das nur sinnlos oben drauflegen, du verschleifst es, dann fällt es ja halt wieder raus. Du musst schon eine ordentliche Grundfestigkeit reinkriegen. Ja, und wie gesagt, MIG, Stahl unten drunter, Trennspray, Nasserlappen, Druckluft sind die fünf Dinge, die ich dafür nutze und es hat super gut funktioniert. Die Tipps, wie gesagt, Brenner ist ein ganz entscheidender Punkt, der muss groß sein, der muss Wärme aufnehmen können. Du brauchst, wie gesagt, im Brenner eine andere Düse zum MIG schweißen, du brauchst eine Teflonseele und du brauchst andere Drahtförderrollen hier drinnen, die dir quasi nicht dein Draht, den Wertvollen schon zerquetschen beim Führen des Drahtes in dein Schlauchpaket. Ganz wichtig. Und dann muss das wirklich immer sehr frei liegen, dass das gar keine Knicke kriegt, da bin ich immer extrem vorsichtig. Wir schweißen jetzt die restlichen Löcher zu, da nehme ich dich jetzt quasi noch mit. Aber das war wieder eine ganz interessante Sache und ich habe es bei Instagram gemerkt, da haben sich einige dazu geäußert und Fragen gestellt. Und da habe ich gesagt, gut, okay, ich glaube, das lohnt sich hierzu auch nochmal ein Video zu machen. Gaben auch mega coole Tipps rüber. Also vielen Dank, falls das Video auch jemand von Instagram sieht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer noch Informationen hat und auch was hinzufügen möchte, bitte hau es unten in die Kommentare rein. Das ist immer geil. Da sind wir wieder bei der Thematik Netzwerken. Ja, wie soll man sagen? Man tauscht sich halt einfach untereinander aus. Und ich möchte auch immer wieder gerne Neues dazulernen. Und dann haben wir uns allen geholfen. Wenn wir jetzt einmal bei der Sache sind, Netzwerken und gegenseitig helfen. Am 17.06. ist unser Weltend 2.0. Was ist denn aber nur immer dieses Weltend? Das ist ein Schweiß-Event, was ich letztes Jahr 2022 ins Leben gerufen habe. Und wir haben letztes Jahr das erste Weltend praktiziert. Es war sehr cool. Es waren viele meiner Partner und Kollegen, Freunde mittlerweile, Schweiß-YouTuber, alle mit am Start. Viele Selbstständige, die natürlich auch in vielen Bereichen ein absolutes Know-how haben, sehr fit sind. Und wir haben uns dort extrem viel ausgetauscht. Jeder konnte alles testen, was vor Ort ist. Ausprobieren, Elektroden, Schweißgeräte, Absaugung, Helme. Weldinger, der Bert war da. Böhler, der Micha war am Start mit einem großen Start mit allen Schweißgeräten, die da waren. Wir haben dieses Jahr auch schon coole Sachen uns überlegt, wie Flammenspritzen, Aluminiumelektrode schweißen und, und, und. Was schon so Fragen in der Community waren. Norden wird am Start sein mit dem Holger. Die werden schön Oberflächenbehandlungen, Schleifen machen. Gab es ja jetzt auch schon Videos dazu zum Holger. Und dann kann man dort die Jungs mal anfassen. Sich mit denen unterhalten und die Fragen stellen, die dir wichtig sind zum Thema Schweißen, Oberflächenbehandlung, Zubehör und so weiter. Der Bert ist am Start von Haus und Werkstatt. Jessic wird am Start sein. Kemper ist am Start. Instagram, die Powerpanks. Und es haben sich auch wieder ein paar YouTuber, ein paar größere angekündigt. Letztes Jahr war ja auch schon ein größerer da. Dirk war letztes Jahr mit am Start. Der Igor war da. Und dieses Jahr, er hat es gesagt, ich freue mich, wenn er am Start ist, nämlich der Manfred. Da freue ich mich drauf, wenn das ist. Und das werden wir einen coolen Tag alle mal haben. Also check unten in der Beschreibung auf jeden Fall das aus. Da gibt es unsere Early Bird Tickets noch. Und nimm gerne daran teil. Wir freuen uns. Und ganz wichtig, Schweißhelm nicht vergessen. Das Allerwichtigste. Wichtig, wir müssen uns schützen. Frischlufthelm, Absaugung ist an. Wenn du das nicht hast, empfehle ich dir aber trotzdem immer Mundschutz. Gut durchlüften. Du siehst das gleich. Da ist eine extreme Rauchentwicklung beim MEG-Schweißen. Und dann zeige ich dir mal, wie ich da durchgehe. Ich werde es dir schlecht erklären können währenddessen. Ich versuche es im Nachgang nochmal. Nur, dass du mal siehst, den Ablauf. Ich werde das erst durchheften. Dann nehme ich sofort den lassen Lappen. Den lege ich drauf. Den lege ich mir immer hier direkt daneben, dass ich ihn gleich griffbereit habe. Dann nehme ich die Luft dazu und blase es komplett ab. Alles ein bisschen umständlicher, komplizierter. Das ist halt so. Aber so funktioniert es. Und das ist letztendlich der Punkt, um den es geht. Also Lappen ist nochmal angefeuchtet. Ich versuche dich jetzt hier optimal auszurichten, dass du das auch ordentlich siehst. Wir machen es einmal in hell, einmal in dunkel. Und dann solltest du es eigentlich optimal sehen. Schweißfällen, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Alugussbereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen. Die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Also der erste Step. Ich mache nochmal Trennspäht drauf. Ruhig, großflächig. Wenn das Zeug einmal dran klebt, hast du ein richtiges Problem. Und die Perlen, das weiß jeder, die fliegen gerne ein Stückchen weiter. Absaugung. Jetzt könnte es ein bisschen laut werden. Lappen haben wir hier. Luft haben wir hier. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass hier schon Material ist dickes, wo wir direkt dran gehen können. Dann nehmen wir das natürlich auch, um hier weiterzuarbeiten. Und beim Zünden nicht immer zu zaghaft sein. Man muss schon ein bisschen mal kurz das Feuerwerk reinlassen. So, dann versuche ich das hier immer schön so abzuheften. Um schon am Loch so ein bisschen lang zu gehen. Dann lachen wir auf. Das ging recht schnell. Wie gesagt, man muss sich ein bisschen beeilen. So, und dann kannst du es schon wieder anfassen. Und das ist der Effekt. Völlig egal, wie es jetzt aussieht. Es geht darum, dass wir kalt bleiben. Nicht zu warm werden. Und jetzt könnte man hier auf der Seite schon bleiben und den nächsten Step machen. Müssen wir ein bisschen trocken machen, das Ganze. Natürlich wieder mit Trennspray einsprühen. Das haben wir ja jetzt weggeschmiert. So, und jetzt können wir das letzte Loch auch noch zumachen, weil es ja schon wieder saukalt ist. Jetzt gehen wir nochmal in Dunkelmodus, dass du es da vielleicht auch nochmal besser siehst. So, das Ganze nochmal in Dunkelmodus. Nächstes Loch. So sieht das Ganze quasi aus. Und ich denke, man erkennt es schon ganz gut. Na, so eine ganz kleine ist hier. Also eine ganz kleine. Das kriegt man auf jeden Fall entspannt wieder raus. Aber da passiert nicht viel. Vorteil mit der Luft ist natürlich auch, die Feuchtigkeit vom Lappen kannst du dann gleich wieder wegblasen. Und dann hast du das Problem schon mal weg, dass man dann keine Feuchtigkeit an der Stelle hat. So, ziehen wir das jetzt hier peu à peu durch. Nachher wird das natürlich noch verschliffen. Jetzt gehen wir noch an die drei Stellen hier. Die müssen wir jetzt noch machen. Das hier. Und jetzt können wir hier auch wieder perfekt hier dran gehen an die Stelle. Und bauen das hier dran so auf. Das heißt, der Brenner geht auch von der Seite dran. Und hier schmelzen wir das auf und lassen es quasi auf das Dünne rüberlaufen. Hier dasselbe Prinzip. Siehst, hier sind wir auch ganz gut reingekommen ins Material. Schön flach geworden. Das hat auch gut geklappt. Und das machen wir natürlich jetzt mit den Löchern auch noch. Ja, da hast du jetzt im Schnelldurchlauf nochmal gesehen, wie wir das Ganze gemacht haben. Sehr kalt. Ich merke eine ganz leichte Welle hier, eine ganz kleine. Die kriegt man ganz entspannt wieder raus. Sieht natürlich jetzt nicht schön aus. Vorm Schleifen mache ich das Ganze vorsichtig mit einer kleinen Messingbürste sauber. Wir wollen es nicht ins Material reiben. Und dann nehmen wir eine schöne Scheibe. Ach, wir haben sie drin. Perfekt. Nämlich von Norden die Aluscheibe. Sehr geil. Habe ich ja schon in einigen Videos gezeigt. Kann ich gerne nochmal mit verlinken. Das Ding ist mega. Ganz großer Vorteil. Geben über einer Fächerscheibe. Du reibst das Material nicht extrem auf. Das heißt, die Oberfläche bleibt relativ entspannt. Nicht so zerkratzt. Nicht so wie mit einer Fötzerkörnung von einer Fächerscheibe. Bei einer Fötzerkörnung habe ich immer nochmal gerne Nachschliff gemacht. Mit einer Feinachen brauchst du hier nicht. Das ist richtig geil. Damit machen wir den Vorschliff. Und dann nehmen wir den Kollegen. Fließ- und Schleifscheibe. Das ist eigentlich eine Polierscheibe. Wird viel beim Chrom-Nickel-Stahl genommen. Aber funktioniert hier auch sehr gut, weil sie sehr wenig wegnimmt vom Material. Und die Oberfläche optimal bleibt. So, das machen wir jetzt quasi auch. Da auch immer aufpassen. Ich nehme den Kollegen nämlich sehr gerne. Zwar selten, weil ich jetzt nicht am Tag eine Stunde oder zwei durchschleife. Aber für viele, die viel schleifen, haben wir ja auch schon ein Video gemacht. Der Volga hat das auch schon getestet. Bei mir ist es halt cool. Das Ganze ist auch mit Frischluft. Das heißt, ich kann den Helm einfach runter machen. Und nehme mir dann quasi einfach die Schleifmaske. Hab da einen Vorteil, ne zwei Vorteile finde ich. Einmal größeres Sichtfeld. Und das Teil ist natürlich gegenüber dem Helm. Logischerweise, weil weniger dran ist. Leichter vom Gewicht her. Ja, hast natürlich auch ein super Sichtfeld. Und bei so Schleifsachen macht das natürlich Sinn. Vor allen Dingen jemand, der viel schleift am Tag. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, die Aluminiumscheibe von Norden. Und dann schleifen wir das jetzt als erstes. So, so sieht das Ganze verschliffen aus. Hat dann auch eine schöne Oberfläche von dieser schönen Fächerscheibe. Und jetzt habe ich es mir schon ausgerichtet für die andere Seite. Das Ganze wird eh noch gespachtelt. Aber das sieht gut aus. Verformt hat sich auch nichts weiter. Das habe ich mit den Händen gerade ein bisschen fertig gemacht. Ich habe jetzt nochmal einen Kupferkopf geholt. Dann teste ich das jetzt nochmal hier an der Stelle. Aber ja, ich denke, dass es trotzdem auch eine interessante Sache war. Würde mich, wie gesagt, über dein Feedback freuen, wenn du sagst, ey Eric, da habe ich noch eine viel bessere Idee. Oder ich habe den und den verfahrungswert gemacht. Ich schweiße jetzt noch die vier Löcher zu. Würde mich sehr über dein Feedback freuen. Und natürlich auch, wenn wir uns zum Weltend in Telameles am 17.06. sehen. Wie gesagt, unten in der Beschreibung findest du den Ticketvorverkauf. Ist eine coole Nummer. Du kannst auf jeden Fall was lernen, netzwerken, neue Sachen erfahren, ausprobieren. Ich sage immer, eine moderne, coole Messe, aber viel interaktiver. Ja, dann lass es dir, wie gesagt, erstmal gut gehen. Und wenn du Hilfe brauchst bei solchen Projekten und selber die Möglichkeit nicht hast, findest du hier unten den Link, wo du Kontakt mit uns aufnehmen kannst. Und hier oben findest du ein Video, wo wir schon einiges an Aluminiumschweißen gemacht haben, wo es Tipps und Tricks gibt. Zieh dir das sehr gerne rein, lass es dir gut gehen und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald.